LuckyFarrow auf einem Euro. Wir gucken mal wie weit wir kommen. Hallo zusammen erstmal natürlich. Vielen Dank fürs Einschalten. Wenn ihr schon dabei seid, dann gebt dem Video gerne einen Daumen hoch und vergesst auch nicht den Kanal zu abonnieren. Das hilft uns wirklich sehr weiter und wir zählen auf eure Unterstützung. Ich bin mal gespannt wie viel wir heute bei LuckyFarrow so gewinnen werden. Mal sehen. Okay, wir starten mit einem Powerspin. Nicht schlecht, aber okay. Das ist doch schon mal ganz gut. Für die ersten Drehungen ist das doch super. 18 Powerspins. Los geht's. Oha. Hatte jemand von euch schon mal ein Vollbild nur mit einer Sache wirklich? Das ist ja echt schade, dass es nur das Kuh war, aber das habe ich auch noch nicht gesehen, glaube ich. Nicht schlecht. Ich würde sagen, das läuft bei uns. Ich würde sagen, das ist doch sehr gut. Ich würde sagen, das ist doch super. Ich würde sagen, das ist doch sehr gut. Wow! Das darf sich erstmal so stehen. 53 Power Spins. Ab geht's. Das kann ja nur gut werden. Das kann ja nur gut werden. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich meine 53 Power Spins hört sich krass an, aber da muss natürlich auch ein bisschen was gewonnen werden zwischendurch, damit sich das lohnt. Wow, was ist hier los gerade? Schade, dass das nur AGs sind und keine Power Spins noch dazu. Schade, 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 schade. Schade, schade, schade. Schade, schade, schade. Ich würde sagen, gleich knacken wir schon die 200. Okay, jetzt schon. Schade, schade. Schade, 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 schade. Knacken wir noch die 300 bestimmt, oder? Okay, jetzt wird es schwer, wenn die ganze Zeit nichts kommt. Ah ja, sehr gut. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wartet ihr das schon mal? Wartet ihr das schon mal? 96 Power Spins? Ich glaube es ja nicht. Ich würde sagen, wir machen das im nächsten Video weiter. Schaltet also ein. Wenn ihr nichts verpassen wollt, klickt aufs nächste Video. Bis dann. Ciao. 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt können ruhig noch mal ein paar mehr Gewinne kommen, würde ich sagen. Aber ich meine, wir haben noch 60 Power Spins Zeit. Wann hat man das schon mal? Sehr schön, sehr schön. Das sind doch die Gewinne. Plötzlich kennen wir Turbobuch. Dann machen wir das doch. Dann machen wir das doch. Dann machen wir das doch. Wir sind aber jetzt schon bei 250 Euro, nicht schlecht. McCain. Dann machen wir das doch. Right, right? Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Gleich knacken wir die 300 schon. 301 immerhin. 3. 3. 4. 4. 4. 5. Kommen schon noch 5 Power Spins, wir haben noch ein bisschen Zeit die 400 zu knacken. Es wird schwer, aber vielleicht kriegen wir es hin. So, das buchen wir auch mal rüber. Der letzte Power Spin. Kommen schon wenigstens die 350. Schade. Das nenne ich doch mal einen satten Gewinn. Das nehmen wir doch an. Wir wollen schließlich weiterspielen. Zwei Minuten ist nämlich leider eh Pause. Jetzt machen wir natürlich auch 2 Euro dann. Vielleicht kriegen wir noch mal einen gewinnvoller Pause. Mal sehen. Ein Power Spin auf 2 Euro. Warum nicht? Nur bei 2 Euro Einsatz. Gucken wir mal. Anderthalb Minuten noch bis zur Pause, vielleicht kriegen wir noch mal einen Gewinn. Mal sehen. Mal sehen. Mal sehen. Mal sehen. Mal sehen. Mal sehen. Ja gut, welche Gewinne erwarte ich schon, wenn wir vorher schon so viel gewonnen haben? Naja, immerhin ein Power-Spin. Nee. Aber jetzt ist leider die Pause schade. Vielen Dank fürs Einschalten. Gebt dem Video, wie gesagt, gerne einen Daumen nach oben. Nicht vergessen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao.